Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Faktorio Fast Vanilla. Ja, ähm, ich hab hier mal schnell den einen noch umgestellt, weil ich hab ja noch grad ein Summen mal erstellt. Ähm, könnte man mal sagen, ähm, was mögt ihr eigentlich mehr, wenn, wenn das ein individuelles Summenail ist pro Folge? Also sozusagen, wo man ein Bild erkennt, wo die Reise hingeht? Oder Bilder, wo man einfach nummeriert? Schreibt mal in die Kommentare. Würde mich mal wirklich interessieren, dass ich auch mal weiß, äh, in welche Richtung, dass ich mich da weiterentwickeln muss. Ja. So, ähm, das war ein bisschen viel. Das sind die Wichtige. Und das auch rein. So, wir drehen gleich weiter. 25 Stück. So, der ist leer. Das heißt, wir können den abmontieren. Ich merke gerade meinen kleinen Fehler. Aber dafür brauche ich dann dann so, den dann doch noch zu oft. Ähm. Oh, ich möchte aber nicht viele verwenden. So, und hier haben wir dasselbe Spiel auch. Und da gehen wir jetzt nach unten. Äh. Äh. Was kommt da rein? So, kommt es da rein. Kannst du auch laufen. Perfekt. So. Wir haben die Optik abgeschlossen. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, Militär. Ist wichtig. Ich weiß, wir haben eine große Basis. Aber ich weiß trotzdem, dass die Viecher auch kommen. Was wir haben, haben wir. Ähm. Ich hätte gesagt, wir machen hier noch ein paar Platten. Hier machen wir da noch ein bisschen was. Das da kommt da rein. Die restlichen Platten kommen da rein. So, ich wollte ja heute definitiv mit der Energie anfangen da oben. und auch, äh, schon mal so, 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 so Lightforce spizieren. Ähm. Wie so ein, so ein Big City Block ausguckt. Ich brauche mal einen Schmelzofen. Weil ich sollte mal noch ein paar Steine brennen. So, 258. Ah. 8 Stück. Ja, erst mal. 66. So, 250 Stück. Braten wir gleich mal durch. So, in der Zeit, wo wir noch ein bisschen drauf warten, lasse ich mal das da auch alles abreißen. so, gleich die Mauern hinterher. Na, das Wichtigste, das Wichtigste erstmal Hammer. Und Grundforschung. So, wenn ich jetzt das da mache, habe ich hier auch noch was drin. Jawohl. So, haben wir Stein. Und wir haben ja gesagt, für uns, also hier wird, fängt die Energieerzeugung an. Wie gesagt, irgendwann kommt noch Soladen drüber. Aber das ist noch in ganz weiter Zukunft. Und da drüber kommt dann die, der ganze Käse mit, mit Verteidigung. Arschmal. Müssen wir ja auch mit einplanen, ne? So, in der Zeit machen wir noch die restlichen Bäumchen hier weg. Was weg ist, ist weg. In der Hinsicht mag ich die Dinger total. Ja, sonst werde ich jetzt da, ähm, beim Holzhacken. die lustigen Holzhacker-Burm. So, auch die da gleich machen. Und ich hätte mal gesagt, habe ich schon genügend, ach, genügend Eisenhammer. So, die nächsten fünf Kisten. So, und wir stellen noch ein paar Platten. So, wenn wir sowieso schon da sind, schauen wir mal, ob da auch alles läuft. So, 83 Stück müssen da noch rein. Hätte gesagt, da haben wir dann auch genügend. dann kann ich mir jetzt hier auch ein paar Maschinen laufen lassen. Brauchen wir sowieso. So, und das ist jetzt der erste Bereich, den wir jetzt brauchen. Ich habe jetzt gesagt, hier, das ist jetzt nicht für mich der erste. Der wird zwar, aber wir haben es nicht mal annähernd geschafft, da nach oben zu gehen. Aber das ist jetzt sozusagen der Bereich, der geht es dann immer außenrum. Das wird da Standard werden. Das wird sich natürlich immer mehr verbessern, immer mehr verbessern, je mehr das halt dazu kommt. Ich bin nur gerade beim Überlegen. Wie viel, wie viel, wie viel Strom, wie viel Strom habe ich? Ich habe momentan 117 Kilowatt, aber die Forschungen laufen momentan nicht. So, und die Forschung läuft. Wir sind jetzt bei 237 Kilowatt. Ach, haha, und was habe ich vergessen? Ich wollte nachschauen. Schön, dass ich jetzt nachschauen vergesse. So, ähm, hätte ich gesagt, machen wir gleich den Electronic Assembling Machine, die kleine. So, und wir gehen noch ein bisschen nach oben. Es kommen auf jeden Fall noch drei weitere, äh, rein. Also, ich habe ungefähr zwei, fünf, fünf pro Seite, also zehn weniger, also 40. So, aber da läuft alles. Der wartet auch mal wieder drauf. So, 13 Maschinen haben wir schon. Das ist schon mal bombastisch. So, aber wir stellen jetzt auch mal gleich her. Äh, ich möchte haben zwei Dampfmaschinen, einen Heizkessel. So, was steht denn hier drauf? Also Ausgabe 60 pro Sekunde auf 165 Grad verbraucht Brennstoff maximal 1,8 Megawatt. Na, also wie gesagt, 4 Megatool. Habe ich ja da meinen Taschenrechner oder auch nicht. blende ich mal schnell ein. Wo ist er denn? Da ist der Calculator. Können wir uns mal blamieren. 1 Megawatt ist ein MJ, also ist es gleich, aber ich glaube pro Minute. Das heißt, wenn ich jetzt habe, was hat es für Kohle? 4 Megawatt, 4 Megawatt, geteilt durch 60, ups, geteilt durch 60 bis 0,07. mal wieder hervorragend. nichts klappt. Ich gucke mal schnell nach. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt und zwar, man sieht ja hier noch mal, also es ist 4 Megajoule. Megajoule zu Megawatt ist 1 zu 1. Nur Megajoule heißt pro Sekunde. Das heißt, man müsste jetzt rechnen, 4 Megajoule geteilt durch 4 Megawatt ist gleich 4 geteilt durch 4 ist 1. Das heißt, wenn man das heißt, man hat da ein bisschen was übrig. Ich sehe jetzt gerade in dem Forum, was ich gerade nachgeguckt habe, die schreiben zum Beispiel hin, 20 Megajoule geteilt durch 200 Kilowatt ist gleich 100 Sekunden. Wenn man Kilowatt hat. Nicht vergessen. Nicht Megawatt. Weil dann ist es wirklich wieder 1. Aber das ist total lustig geschrieben. Also wie gesagt, für eine Sekunde. Das wird irgendwann interessant. Ich hoffe, dass ich es mir merken kann, dass mir daraus auch was vernünftiges baut. Also, das heißt, ich habe jetzt hier meinen Dampfer. Der braucht ein maximal von 1,8 Megawatt. das heißt, wenn er dann volle Schnecke 60 Dampf pro Sekunde raushaut. Und was halt dann noch wichtig ist, ist vor allem der hier. Weil der verbraucht 30 pro Sekunde. Das ist schon mal wichtig. 60 und 30 das heißt, von dem brauchen wir einen, der kann die verarbeiten. Also normalerweise 2 zu 1 kann aber auch das Verhältnis anders sein. Wenn es jemand weiß, bitte in die Kommentare. Ihr kennt es ja mittlerweile. So, aber ich hätte mal vielleicht noch die Steine mitnehmen sollen. Gleich mal den nächsten reinschmeißen. Apropos, jawohl. Perfekt. Und das ist nicht perfekt. so. Ich habe jetzt noch 220, nicht viel. Leider, dass ich jetzt den da unten zu spät erreicht habe. Hat er den jetzt nicht mitgemacht. Wollen wir noch mal ein bisschen Kohle. 35, das reicht auf jeden Fall dann, dass ihr auch ein bisschen arbeiten könnt. Okay. Dann brauche ich aber noch was. Und zwar ich brauche noch eine Pumpe. Glückwunsch. Ähm, so. Äh, ich habe jetzt aber keine Kohle mehr einstecken. Ich habe mehr Kohle einstecken. Das heißt, wir brauchen hier mal Stein. Das können wir erst mal ignorieren. So, dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes Stacking während Schmarrie. Dann machen wir die Elektrotechnik. Dann haben wir jetzt hier schon mal 10. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf Klein. Irgendwann wird das, äh, das wird hier alles Beton. Und innen drin kann es dann sein, dass dann die Steine werden. Aber, bis ich das erst mal habe, machen wir das jetzt erst mal so. noch mal welche. Sehr schön. So, dann habe ich jetzt aber hier mein Eck. Das brauche ich auch noch. Lampen habe ich jetzt noch nicht gebaut. Machen wir gleich mal schnell zwei. Die tue ich mir jetzt erst mal auch hin. Ja, genau. Ich verbau mich mal schnell. So, das heißt, jetzt habe ich das da. Und da oben habe ich ja dasselbe. Brauche jetzt noch ein bisschen brauche jetzt mal Kohle, dann kann ich mir das schon mal alles machen. Wie gesagt, es soll ja erst einmal nur die Anfangsstruktur werden, dass ich mal weiß, wo ich überhaupt was hin bauen kann, muss, soll, whatever. So, das heißt, mal abbauen. Ich baue das mal ab hier. Bring it to me. Okay. So, ähm, wofür kann ich machen? 54 ist ja gar nichts. So, das lassen wir mal. Die verteile ich lieber hier. Das ist sinnvoller. Lauf ich halt nochmal runter. Ich habe ja beziehungsweise ich habe sogar ein paar Maschinen schon einstecken. können wir das ja eventuell sogar hier oben dann machen. So. Das einzige, was ich jetzt halt nicht habe, ist nochmal das da. Gehen wir auf Minus. So, eins, zwei. Machen wir das. Wir gehen wieder auf Plus. Und dann machen wir nochmal zweimal Lampen. So, nämlich auch hell werden da drin. So, das heißt, das ist jetzt schon mal mein Bereich, wo ich jetzt weiß, alles klar, da muss ich irgendwann hin. Hätte es gerne lineal, dass ich das ausmessen könnte. So, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, sechs, zehn, halt nochmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 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 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 sehr schön nochmal 2 4 6 8 10 12 14 15 und 2 4 6 8 10 12 14 15 jetzt passt dann hätte ich gesagt geben als nächstes auf stahl und machen nochmal 2 Lampen die sind momentan in der Phase ja so halbwichtig so irgendwann stehen hier dann Pfähle drin bzw. wenn wir dann die 3. Generation haben darum auch der Mod drin dann reicht es mir wenn ich da und da einen habe dann brauche ich noch 4 Stück insgesamt innen muss ich aber gucken ob das mir dann reicht genau so also das haben wir das haben wir schon mal fertig das heißt das ist schon mal den Platz den wir brauchen so jetzt gehe ich erstmal hin und kopiere mir den ganzen Käse hier naja und ich merke gerade mein nee das ist so ein halbes Problem denn das wissen wir ja da ist es ja auch so wichtig naja dass man das da so jetzt haben wir es einfügen so und nochmal einfügen so und das schaut doch schon mal ganz gut aus so das ist der da und das ist der da müsste man eigentlich komplett halt nein den da oben haben wir vergessen ich schlingel ähm das heißt nämlich ich habe jetzt dann mein innenbereich das ist jetzt schon mal so weit so ähm zwei vier sechs achso 15 haben wir gesagt ähm ich hätte gesagt ich hätte ich hätte noch am liebsten einen freilassen also wir gehen dann das ist der der ist frei und der ist frei das heißt wir wollen hier hin naja der ist frei der ist frei also haben wir hier jetzt müssen wir mal gucken ob man die pumpe das wasser das wasser machen wir jetzt hier und was wir jetzt brauchen ist erst mal ein gerades rohr wir brauchen eine biegung drin davon brauchen wir auch einen so das gerade rohr geht komplett hier hin dann hätte ich gesagt machen wir die biegung rein und dann hätte ich gesagt das t-stück machen wir hier hin ähm ja wir machen hier erstmal ein t-stück hin so dann brauchen wir nochmal gerade weil wir müssen erstmal hier das wasser hinkriegen so dann muss ich jetzt mal gucken nein ich habe zu wenig eisen das heißt wir müssen nochmal eisen besorgen gehen und der ist schon wieder out of kohle dann hätte ich gesagt gehen wir mal schnell kohle holen und die sind auch schon wieder out of kohle gut dass ich da bin kann hier nur leider keine kohle rein achten das heißt ich muss mir hier mal schnell eine frachtkiste hinpacken weil die 250 würde ich gern mitnehmen nein andersrum halt geht natürlich die 110 in da unten rein kleiner trick das lustige ist das kloppt der das erste mal erst auf wenn man ein roboting gemacht hat wenn man das nicht gemacht hat bin jetzt sozusagen gerade vanilla sein kann es sein dass ihr das hier noch gar nicht seht das wäre natürlich nicht sehr schön so dann hätte ich gesagt wir machen mal das nee und wir lassen dich komplett drin so dann hüpfen wir wieder nach oben ich habe gott sei lang eisenplatten mitgenommen mir ist zu zutrauen dass ich es vergesse und ich muss natürlich na steine vergessen ja ja doch wieder runter latschen glaube ich habe noch ein paar steine jetzt vorhin abgebaut vielleicht haben wir noch mal 250 perfekt 128 ja dann müssen wir auch die steinverarbeitung jetzt demnächst mal anschmeißen aber natürlich gerne schon die nächste generation hinsetzen und zwar elektrisch darum arbeitet mehr dran so als auf jeden fall kommt hier auch noch mal ein weg hin das da interessiert mich nicht aber dass da wird ein vierer weg war ich muss mit dem panzer auto was was der guckuck hier entlang fahren können so dann heißt es jetzt für mich ich gehe jetzt mal hier hin und schaue mal wie weit ich darüber komme und das ist eigentlich genau perfekt das heißt jetzt hier hin und kommen dann brauche ich jetzt noch mal ein t stück eine kurve und wir machen ein paar gerade das t stück kommt hier hin ich habe gesagt kurve bin froh dass ich dann das untergrund welt gebaut habe aber brauchen wir auch das ist nicht das schlimmste so dann hätte ich gesagt wir haben jetzt schon mal hier auf jeden fall ist wasser drin und wir tun jetzt erstmal hier 50 kohle rein naja die verbraucht er verbraucht so viel um naja er hat es eigentlich eineinhalb gebraucht um 200 dampf zu erzeugen ok dann heißt es jetzt für mich wir brauchen jetzt wieder ein t stück für die 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 den mod hier nicht kennen die flow control er hat den vorteil wenn ich jetzt hingehen könnt jetzt hier sozusagen noch mal eine pipe entsetzen ohne dass sie sich verbinden so ich hole mir jetzt aber auch gleich einen zweiten heizkessel ich muss nämlich sie sehen wo ich bin so dann hätte ich gesagt meist mir das mal hier rein perfekt also wir erzeugen jetzt sozusagen 400 dampf pro ja pro einheit so für mich heißt jetzt ist so wir brauchen drei wir brauchen drei wir brauchen drei aber wir gesagt wir brauchen die auf jeden fall wieder dann gehen wir hier runter dann kommen wir hier wieder hoch so was man nicht vergessen darf es gibt kein bei den bei denen hier gibt es kein kein x oder kein kreuz kann man sehen wie man will aber dafür gibt dann die normalen rohre so das heißt jetzt nämlich dann das kommt hier hin das kommt hier hin das kommt hier hin und dasselbe ist jetzt auch hier denn ich muss jetzt die dampfmaschine genau mehr angucken die ist jetzt drei breit ich sehe nur gerade ich kann hier unten aber immer nur eine anschließen ja ich hätte gesagt das ist so in ordnung na wobei nein das ändern wir ab wir machen hier eine lücke kein problem so dann haben wir jetzt ja wieder das rohr das rohr dann habe ich ein t-stück und noch ein rohr das rohr kommt hier hin das t-stück kommt hier hin weil hier ist erstmal schluss wie gesagt vielleicht gehen wir irgendwann rüber dann kann ich das aber austauschen das ist ja auch ein ding so und jetzt gehe ich halt mit meinem geraten rohr dahin und äh so das schön machen solange ich die kleinen jetzt erst habe geht halt nicht anders muss ich halt jetzt das erstmal so machen deswegen auch erstmal den platz in der mitte damit wir hier ähm ja sozusagen jetzt den strom auch weitergeben können so dann schauen wir mal noch mal dann machen wir hier ein verbindungsstück hier ein verbindungsstück und fehlt uns noch eins und wir machen das letzte verbindungsstück so und wir haben jetzt 3,6 megawatt die wo wir hier steuern können das schöne ist eigentlich eigentlich ah ich glaube weil er die rohre voll macht genau jetzt hat er aufgehört ne weil jetzt die rohre sozusagen gefüllt sind komplett also das ist ja das heißt man hat jetzt hier ein Inventar drin von 100 Dampf pro Rohr ja und äh das müsste auf jeden Fall ein bisschen ausreichen aber je mehr Dampf also je Strom das man halt verbraucht ist klar umso mehr Kohle verbrennt er auch und irgendwann äh schafft das halt nicht mehr wie gesagt das äh ich hab leider das beim beim Helm-Mod äh und auch beim Factory Planner äh noch nicht äh rausgefunden wenn jemand äh da was weiß äh ob man auch den Strom berechnen kann berechnen kann also dass man die dass man jetzt hingehen kann und sagen was für Koh oder was für Kohle das er braucht ne das schreibt er mir nicht hin nicht dass ich wüsste so also jetzt haben wir hier noch 8 Kohle drin von 50 oder von sogar ein bisschen mehr so 8 da tun wir jetzt noch 2 rein dann haben wir hier 11 und hier 10 aber wenn jetzt hier alles sauber laufen würde könnten wir 7,2 Megawatt erzeugen pro 5 Sekunden oder pro Sekunde aber Verbrauch äh will ich immer Minute wissen oder sogar irgendwann mal noch größere Einheiten so das heißt das haben wir jetzt schon mal fertig das heißt ich kann jetzt mal hingehen und sagen okay er soll mir mal kleine Strommasten bauen und jetzt gehen wir einfach mal straight nach unten mehr gibt's nicht und ich hätte es gesagt das muss jetzt auch erstmal hier reichen so ich merke schon wieder ich habe meine Sorttage Forschung hat er wieder abgeschlossen schon mal sehr schön das heißt ich kann schon mal das da rein machen hier haue ich mal gleich 500 rein und wir benutzen jetzt mal bitte die Kohle so und dann brauche ich aber noch eine Fabrik die habe ich aber da wir gucken mal und zwar ich möchte jetzt produzieren und zwar elektrische Erzförderer das heißt ich habe jetzt davon schon mal 110 davon haue ich jetzt 114 rein so wir machen 14 und dann kann der schon mal laufen so Stahl haben wir auch abgeschlossen ist es noch irgendwas ja das Stahlwerkzeug das heißt ich kann dich schneller abbauen die Wissenschaftspakete grün ich habe noch nichts automatisiert wäre es sozusagen jetzt ein Krampf das da zu machen hätte ich gesagt machen wir erstmal einen Long Insurter dass wir da schon mal Spaß haben so und die 20 Stück kommen da hin so und wir haben jetzt schon mal 6 Erzförderer wie gesagt Eisen haben wir ja schon abgebaut jetzt müsste ich mich eigentlich nach dem hier ausrichten so das heißt wir gehen jetzt hier hin und ich habe mir angewöhnt dass am Anfang bei es soll schnell abbauen weil wir wollen irgendwann die Fläche haben so das heißt jetzt da hin da hin hier muss überlappen da hin dann haben wir jetzt schon mal die alle am laufen und dann packe ich jetzt erst mal die Öfen dahin ein bisschen Kohle haben wir ja jetzt hat er sogar die gesamte Kohle reingepackt ein bisschen viel okay also das heißt wir produzieren auf jeden Fall mal wieder Eisen und haben jetzt unsere ersten Strang hier sozusagen mit den Minern abgedeckt wie gesagt kommen irgendwann Bänder hin beziehungsweise das wird dann erst in der nächsten Folge passieren denn ja für die Folge ist schon die Zeit wieder abgelaufen ich laufe mal schön nach oben nochmal zu gucken ob hier alles passt schaut ganz gut aus und wir haben sogar noch eine Forschung fertig das heißt wir machen die Ne-Insurter und ja mit in der Stromverarbeitung also im Kraftwerk Kraftwerk 1 melde ich mich sozusagen ab wenn ihr Anregungen Fragen oder sonstiges habt schreibt es mir in die Kommentare von Daumen nach oben würde ich mich auch freuen und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal bis dahin ciao ciao